Ich bin Jane. Ich bin John. Bankkarte und eine Heiratsurkunde. Wir sind verheiratet. Das kann man wohl sagen. Ich finde es komisch, dass Sie verschwiegen haben, dass wir ein Paar sind. Das ist eine alte KGB-Taktik. Als Paar ist man weniger auffällig. Wie romantisch. Und was genau machen Sie beide? Wir sind Software-MD. Verabreicht eine Dosis Wahrheitsserum. Keine Opfer. Was? Was denkt ihr? Hat euch beide die Firma so ausgesucht, dass sie gut zusammenpasst? Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Wer hat denn das Dach, das dich jetzt schützt, gebaut? Wer hat Feuer gemacht und dir den Fisch gefangen? Ich baue ein Dach, Fisch, Feuer, Wasser. Oh, nein. Vielleicht? Arbeit, Geld, Privatleben, Liebe, all das gehört zum selben Projekt. Wohin hast du gesagt, du liebst mich? Ja, hast du auch gesagt. Es war klar, dass wir sterben würden. Also hast du es nicht so gemeint? Doch schon. Das ist cool. Au! Hör auf damit! Tut mir leid. Es ist nur ein Job. Es geht nicht um Leben und Tod. Willst du? Geht's Ihnen besser?